So, hallo, wir machen weiter bei VLDC9 auf ZMZ, jetzt auch mit Controller. Yes, es funktioniert. Hurra. Ich habe einfach die Config-Datei von ZNES genommen und in den ZMZ-Ordner reingepackt. Also das ging ganz gut. Gut, ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, hatte ich irgendwas übrig gelassen von den letzten Malen anscheinend nicht. Da habe ich alles. Gut, 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 gut. Dann hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten wird das wie immer noch nachgeholt. Und, oh, Gamma V, All Hail Megamole. Gamma V, also, sie macht ja an sich ganz schöne Hacks, aber die sind alle irgendwie so ähnlich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr Level ist. Hallo Megamole. Ich glaube, das Level hier geht um dich. Und noch einer. Ich glaube wirklich, das Level geht um... Oh, guck mal. Wir kriegen eine Feder. Sehr schön. Und es war, glaube ich, kein Secret Exit, ne? Ich glaube, es waren Yoshi-Coins und ein Normal Exit. Jetzt will ich erstmal wieder hier in die Controller-Steuerung reinkommen, weil ich das letzte Mal... Ach, wir kriegen sogar noch eine Feder. Gut, die eine war ja auch nur durch die grüne Box. Aber... Oh Gott, Entsch... Entschuldigung, meine Stimme. Aber an der Stelle hat man dann... Auch regulär eine... Achso, ich kann da oben durch. So, stirb du mal. Oder auch nicht. So... Oh... Das ging sogar. Man könnte also hochfliegen oder man könnte die Moles benutzen. Wir benutzen die Moles. Das war riskant, aber es funktioniert wunderbar. Damit haben wir auch die Yoshi-Coins schon mal gespeichert. Prima. Dum, 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 dum. Das war auch wieder... Ah, ja. Auch hier könnte man die Feder nutzen. Und dann die Unverwundbarkeit. Und da drüber zu kommen, aber... Da ist nichts, okay. Du könntest dich mal verziehen. Du kommst gar nicht erst raus. Du kommst auch gar nicht erst raus. Okay. Uah. Das war vielleicht... Nicht ganz so durchgedacht. Äh, ist da unten mancher? Ja. Gut, damit haben wir alle Yoshi-Coins zusammen. Es ist aber... Es ist genau... Ja. Okay, es kommt nichts anderes. Es ist genau das Problem, was ich mit Gamma-V-Hacks habe. Es ist dieses... Genau das, was wir gerade gesehen haben. Es ist nicht sehr spannend. Es sieht alles schön aus und... Es ist auch irgendwie toll, aber es ist irgendwie einfach nicht sehr spannend. Gut. Da es die 32. geworden ist, werden schon einige... Oh, insgesamt 42 Punkte. Werden schon insgesamt einige gute Bewertungen dabei sein. Nimono-Fant, die hat 39 Punkte verdient. Ninja Boy-Fant, die hat 47 Punkte verdient. Eternity-Fant, die hat 44 Punkte verdient. Die haben eigentlich alle. Und er, Coopster-Fant, die hat 38 verdient. Ich weiß nicht. Ich kann einfach mit dem Stil von ihr irgendwie nichts anfangen. Das ist... Das ist wirklich relativ subjektiv an der Stelle. Also da ist... Da ist nichts Objektives dabei. Das weiß ich auch. Das will ich auch gar nicht behaupten. So. Ähm... Dann kommen wir... Zu A Patron Laboratory. Von G-Breeze Sunset. Aha. 14. geworden. Nur da. Dann erwarte ich jetzt ein ordentliches Portal. Aber es meines ist Vanilla, also es kann eigentlich nicht sehr portalig werden. We hope your brief detention in the relaxation world has been a pleasant one. Please proceed to the portal on the wide eyes. Tut mir leid, mein Englisch ist mal wieder... Warum sehe ich denn so komisch aus? Soll das die Farbe von so einem Roboter sein? Achso, jetzt gehen wir hier durch die Porta... Okay. Ich finde es gerade aber interessant, dass man den Screen so loopen lassen kann und das im Vanilla. Okay. Das finde ich gerade interessant. Das wäre eigentlich nicht sehr spannend. Aber... Oh! Das geht natürlich nur bei Portalen. Haha. Ja. Das ist nicht der Screen, der loop. Das sind nur an der Stelle, wo Portale sind. Okay. Also das wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie man das in Vanilla implementieren kann. Das wüsste ich tatsächlich überhaupt nicht. Daher... Daher ist es dann doch ein bisschen beeindruckend. Ansonsten sieht es bisher irgendwie noch nicht so spannend aus. Aber ich... 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 Ich sollte nicht den Tag vor dem Abend loben. Wobei es in dem Fall kein Lob war. This next test involves turrets. You remember them, right? Ja. Nein, nein, geh weg. Oh, kann ich da jetzt... Wenn ich da jetzt runter... Achso. Also in den roten Strahl kann ich schon rein und dann passiert mir hier auch gar nichts. Achso. Das ist einfach nur ein Bullet Bill. Ja gut, aber es ist... Das ist dann nämlich das Problem. Es ist halt Vanilla. Man kann nicht wirklich viel draus machen. Warum stürbst du nicht an der Shell? Du bist doch doof. Du bist doch ein doofer Chuck. Ganz im Ernst. So. Hier gab es einen Pilz. Ihr sollt ja nicht so viel meckern. Was ist denn los? Späte Aufnahme und ich meckere rum wie Sau. Was ist das denn hier? An Gamma V habe ich was auszusetzen. Hier bin ich am rummeckern. Oh, das ist langweilig. Jetzt ist es spät. Gib mir Unterhaltung. Nein. An sich ist es ja alles ganz nett bisher. Uah. Okay, da komme ich jetzt mit dem Turret hoch. Uah. Sehr schön. Uah, haltet ihr. Hört, hört, hört. Okay. Uah. Und die Idee muss man ja auch erstmal haben. Also das auch wieder. Deswegen. Die Idee muss man wirklich erstmal haben in... Aha. Ja, das machen wir doch mit der Shell. Dann habe ich die auch gleich behalten. Und verliere die blaue Box nicht. Und habe dann hier auch sogar noch was. Oh. Ah. Ah, okay. Das hätte ein Leben gegeben. Was wir ja nicht gebrauchen können. Aber nur weil... ... das hier alles ein bisschen umgestellt wurde. Okay, mehr blaue Boxen. Ich gehe erstmal weiter. Äh. Äh. Kann ich dich erstmal entfernen? Das wäre mir eine Freude. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, also will ich. Achso. Ich will, dass er hier aufgeht. Dann kann ich da durch. Und hier kehre ich zurück. Ja, gut. Man muss es ja nicht übertreiben. Oh, ich brauche einen... Oh, nein. Wirklich? Scheiße. Ich habe das verkackt. Ich komme so nicht an den Midway Point ran. Ich weiß aber, was mein Fehler war. Da kommt ein P-Switch raus. Das ist nichts zum Zurückkommen. Da kommt ein P-Switch einfach dann raus. Dat ist der Punkt. Dat ist der Punkt, meine Damen und Herren. Dat habe ich verkackt. Tut mir leid. Nochmal. So. Das kann man ja alles hier relativ schnell überfliegen. Das war dumm. Nein. So schnell überfliegen dann vielleicht doch auch nicht. Okay. Okay. Aber von der Schwierigkeit her scheint es ganz in Ordnung zu sein, weil da hinten der Midwaypoint schon war. Ich bin mal gespannt, was noch sich überlegt wurde im zweiten Teil des Levels dann. Ich wüsste halt nicht viel, was man mit Vanilla machen kann. Also das ist schon fast schon... Das ist fast schon... Oh mein Gott. Das ist fast schon mehr, als ich erwartet hätte. Ich glaube nicht, dass auch noch die Gele kommen. Zumal es eher wie Portal 1 wirkt und nicht wie Portal 2. Deswegen wird es die Gele sowieso nicht geben. Jetzt muss ich das mit der Box machen, weil ich die Shell vergessen habe. So kann das gehen. Und wenn man schnell genug ist, dann bekommt man hier noch ein Leben. Das ist schon ein schönes Leben. Also das... Da wurde sich auch wieder... Gedanken gemacht. So, und diesmal machen wir das vielleicht richtig. So nämlich. Nein! Jetzt habe ich... Okay. Reicht das? Mit ein bisschen... Okay. Das ist dann eben so. So, und jetzt kann ich nämlich mit dem P-Switch dieses Portal nutzen. Und dies mit Vaporin aktivieren. Hätte ich da denn nichts zu... Mit ein bisschen Glück auch von da... Oder ein ganz kleines... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Und das Gel wird nicht kommen. Das ist Portal 1. Blblblblblblblbl. Oh. Macht mich das jetzt schneller? Ja? Oh. Ah, ja, okay. Es ist ein bisschen anders, als man es jetzt erwartet hätte, das Gel. Aber es ist... Es ist Gel. Also für die Idee... Ja, doch. Doch, für die Idee ist das... Gibt das... Was? Ist hier das Secret Exit? Oh, scheiße. Ähm... Ähm... Fuck. 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 Das war... Das war nicht sehr klug. Das war überhaupt nicht klug. Nicht im geringsten. Das auch... Oh. Das war eigentlich auch nicht klug, aber es wurde nicht bestraft. Gott sei Dank. Aber das. Das wird bestraft. Ist hier irgendwas, weil hier so Münzen... Ne. Okay. Geh weg. Geh weg. Ich dachte, vielleicht kann ich das... Da ist doch bestimmt irgendwas. Hä? Warum ist da ein Pfeil? Jetzt habe ich das wieder da runtergeworfen. Will ich das, das da unten... Äh. Ach, schön. Dann war der Pfeil vielleicht nur als an... Was? Oh. Okay. Da haben wir jetzt zwei Yoshi-Coins. Äh. Okay. Wunder. Das hat funktioniert. Oh. Noch ein Pfeil. Sehr schön. Ähm. Aha. Da unten ging es auch noch weiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Geht es hier wieder zurück einfach? Nein. Was ist das denn jetzt? Da gibt es eine Yoshi-Coin. Sonst nichts. Hä? Oh. Wenn ich hier gegensprin... Ah. Ah. Wir glitschen. Hm. Uh. Man muss den Glitsch dafür kennen. Okay. Ja. Geil. Kann ich das Visetten, bitte? Dankeschön. Gut. Da wurde dran gedacht. Dann ist alles in Ordnung. Oh. Ich habe die Reihenfolge... Problematisch... ...gemacht. So. Ach. Und dann kommt da eine Ranke raus. I see. RIP. Dann gibt es hier eine blaue Shell. Will er... Jetzt habe ich es verkackt. Ah. Noch könnte es gehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Er will, dass ich hier... Ah. Ja. Er will, dass ich hier glitsche. Für den Mond. Ich müsste hier... Die Shell... Das ist natürlich mit... Ja. Ganz ehrlich. Das ist mit Gamepad gar nicht so einfach. Jetzt kriege ich es auch nicht mehr rüberdupliziert. Lassen wir das. Man müsste da praktisch so eine Fabrik erstellen... ...und dann gehen die Notenblöcke weg, wenn man drauf springt. Aber das... Muss jetzt nicht sein. Gut, aber man muss für die Yoshi-Coin also einen kleinen Glitch wissen. Nämlich, dass Blöcke fest werden, wenn man eine Münze drunter... Okay. Warum kann ich hier zu dem Koopa... Nur wegen dem Pilz? Wahrscheinlich nur wegen dem Pilz. Den ich jetzt nicht mehr bekomme. Ja, gut. Dann scheiß doch drauf. Plopp. Blume. Ist hier ein P-Switch drin? Ah. Sehr schön. Da oben gäbe es nochmal ein Leben. Da verz... Ich mir mal... Ach, okay. Ich muss erst mal hier... Oh, gut, dass... Ich dachte, es sind vielleicht Notenblöcke, aber es sind solche Blöcke. Gut, dass wir noch... ...dass ich es nicht eingesammelt habe. Das hier wäre ja sonst etwas ärgerlich geworden. Ach, komm schon. Etwas ärgerlich geworden. Ui, ups. Okay, eine Yoshi-Coin könnte fehlen und ich könnte mir denken... Ah. Nice. Ja, das ist das Ziel, aber mir fehlt eine Yoshi-Coin. Aber ich könnte mir denken, wo sie ist, denn es ging ja da unten noch weiter. Ich fürchte, dass sie da versteckt ist. Das fürchte ich. Okay. Was? Was? Das hätte ich niemals gefunden. Das sieht jetzt wieder so aus, als hätte ich gewusst, dass das da ist, aber ich... Ich hab das nicht gewusst. What the fuck? Ich hätte jetzt ewig... Ich wäre jetzt da unten weitergegangen an der einen Stelle, wo wir noch nicht gewarnt sind, gewesen sind. Ach, scheiße. Was, bitte? Oh nein. Oh nein, ist das dein... Oh nein. Warum... Ich hätte doch schon rüber gehen können. Das hätte doch gereicht. Scheiße. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich bin ein blöder. Dann nehmen wir aber den Pilz hier vorher. Mit in die Geschichte und vielleicht die Shell. Ah, das wusste ich nicht. Da ist eine Shell... Äh, eine Röhre da oben. Das ist aber schon ziemlich... Ziemlich... Weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Äh, äh, äh. Hätte ich jetzt gesagt. Ein bisschen gemein finde ich das ja schon. Nein. Oder gab es irgendeinen Hinweis darauf, dass hier... Gut, außer die tausend Münzen, aber... Ah, keine Ahnung. Ich habe es zwar gefunden, aber das war mehr so... Blödsinn wieder. Nicht das, was ich erwartet hätte. Und man muss aber trotzdem wieder betonen, das Labor... Es ist ja mit Vanilla gemacht. Das sind ja alles Vanillagrafiken. Dafür sieht das Labor dann schon wieder ziemlich geil aus. Also, wenn ich jetzt praktisch sage, ich würde es als wirklich ein Portal-Level bewerten, dann ist es kein so gutes Portal-Level. Aber wenn es wirklich ein Portal-Level ist, was mit Vanilla erstellt wurde, dann ist es schon ziemlich, äh, ordentliches Stück geworden. Also... Doch. Ich denke... Oh, Gott sei Dank. Ich denke, so ehrlich muss man da schon sein. Oh ja. Oh ja, mehr Delfine. Hm. Und es ist schon klar, das soll jetzt hier das, äh, das Sprung... Was? Du bist ein Schlüsselloch, wa? Miau. Das soll jetzt hier das Sprunggel darstellen. Jetzt fehlt trotzdem noch die letzte Yoshi-Coin. Dann ist sie doch da hinten, nämlich, wenn wir gerade weitergehen. Scheiße. Dann kann ich nochmal alles durchspielen. Oh. Ich hab gehofft, sie ist auf dem Red Secret Exit Weg. Oh. Na gut. Na gut. Es war ja nicht viel und eigentlich auch nicht schwer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. War das eigentlich alles sehr schön und machbar. Ja, und also wie gesagt, ähm... So als reines Portal-Level würde ich sagen, ist es okay. In Bezug darauf, dass es ein, ein, ein Vanilla-Level ist, ist es schon großartig. Also, das kann man eigentlich nicht... Da kann man eigentlich nix sagen. Ach, jetzt hab ich den Scheiß da wieder vergessen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Okay, wie komm ich da hin? Da muss man doch irgendwie... Uuuuh. Da muss man doch irgendwie so ein bisschen getrickst hochkommen können. Ich komm ja nicht mal mehr da hoch, ne? Ach, kacke. Ne, anscheinend nicht. Doch. Gott sei Dank. Oh. Machen wir einfach das. Das funktioniert jetzt gar nicht, weil ich... Nein, das kann gar nicht funktionieren. Äh, scheißen Drag. Wenn ich sterbe, muss ich's nochmal spielen. Selbst schuld, kein Mitleid. Aber andererseits, wieso... Oh, das... Ach, kacke. Andererseits, wieso sollte ich sterben, wollte ich gerade sagen. Und da habe ich mir selber eine Antwort gegeben. Aber hier, das hat mich irritiert. Ich dachte halt, das ist so, ne? Weißt du schon. Aber ist es nicht. Ich finde es schön, wie die Feuerbälle auch auf dem Gel entlang sausen. Ist klar, weil alles... Boah, nein! Weil alle Sachen darauf reagieren, aber... Ja. Ich hoffe nur, wir kommen hin, ohne zu sterben. Das wäre sehr schön. Das würde mich durchaus erfreuen. Ups. Okay. Häh! Nein! Ach. Na toll. Gott sei Dank. Gut. The cake is a lie. Aber damit haben wir alles. Huuuuh. Dann bedankt mich für's Zuschauen. Und... nächstes Mal gibt es dann... The Liputus Caverns von Mike. Ah, ne, 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 ne. Ich bedanke mich noch überhaupt nicht fürs Zuschauen. Wir gucken uns noch die Bewertungen an. Insgesamt gab es 49,25. Nimono hat 52 verteilt. Der hat die Ästhetics komplett gut gefunden. Ninja Boy... ...hat insgesamt nur 37 von 60. Okay. Eternity hat 50 von 60 verteilt. Und... Uh, Koopstar. Koopstar hat hier ordentlich reingeknallt. Mit 58 von 60. Fast volle Punktzahl. Nur beim Design gab es zwei Punkte Abzug. Wo die nur entstanden sind. Ich weiß es nicht. Ich könnte sowas nie bewerten. Okay. Dann... ...nächstes Mal... ...Delibutus Caverns. Oder Delibutus oder... ...keine Ahnung. Auf jeden Fall Caverns. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.